Ja, guten Morgen aus dem Paradies. Es ist Zeit zum Abfahren. Der Bus ist da, Gepäck ist drin. Wer ist nicht da? Liebe Frau Bartel. So, haben sie es geschafft. Und jetzt sauen wir uns noch Wasser. Der Snacks auf den Markt, bis der Bus kommt. Wir haben kein Geld, aber jetzt haben wir es trotzdem noch für schlafen. Wir haben ein Schlafkissen gekauft. Sie hat gemeint 250.000 für eins. Wir haben es jetzt auf 100.000 pro Kopf runterbekommen. Sehr gut. Wirklich lebenswichtig. Ja, endlich mal gut schlafen im Bus. Now I have 60.000 left. Ich kann mir jetzt noch ein Wasser kaufen und noch ein Snack und dann habe ich kein Geld mehr. Die Bus-Hallstelle kennen wir doch. So, wir sind schon in Hanoi. Die Massen sind schon ausgestiegen. Aber wir sind noch nicht da. Ja, ich habe richtig Hunger. Ich brauche Geld. Ich muss noch einchecken. Holen wir mal ein Bus-Ticket für morgen. Das ist wieder in Hanoi. Back in Hanoi. Und es regnet wieder. Lange. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Ich habe die Donuts gegessen und eine Banane gegessen und eine Banane gegessen. Ich habe die Donuts gegessen und eine Banane gegessen. Ich kann jemanden töten. Wir sind positiv. Ich habe gute Food, gute Food. 2 Banmi. 1 Banmi. Und dann? Sushi tonight. Sushi tonight? Ich bin nicht sicher. Sushi. Ich mag nicht Fisch in Asien. Wirklich? Okay. Wir sehen. So, wir haben gegessen. Es ist aufgesplittet. Wir treffen uns mit Shopping machen. Und ich habe keinen Bock auf Shopping. Aber ich werde noch ein bisschen die Stadt genießen. Und dann treffen wir uns später wieder. Ja. Das ist erstmal alles. Er ist wirklich geisteskrank, was hier mit dem Verkehr abgeht. Nichts von dieser Welt. Das ist eine Lüge Mama. Sie hat genug Taschen. Noch eine Tasche. Und eine Neu-Hose für mein Freund. Und... 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 Das ist wichtig. Aber wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Es ist korrekt. Warum sollte ich es schrauben? Steal es. Oh nein. Neue Hose. Also. 4. 30€. Happy Girl. Lange kein Eis mehr gefuttert. So. So. Wo ist es nicht super fancy. Aber es gibt dort wieder Englisch. Das dritte Mal in meinem Leben. Let's see. Enjoy your food. Oh nein. Oh man. Es ist ein kleines. Es ist sehr klein. Aber es ist ganz klein. Gute Nacht.